hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und heute gibt es für euch einen ufer feuerwerkstest ich teste für euch nämlich einmal die osiris die horos und die poseidon die habe ich letztes jahr an silvester gezündet und ja die schauen wir uns mal an wie die so sind damit ihr euch ein bild machen könnt für die leute die noch feuerwerk bekommen würden beim hofer in österreich und ja die feuerwerkscontainer stehen ja schon und ich wünsche euch ganz viel spaß beim video ab geht's hofer poseidon ab geht's zehn uhr ungefähr so 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 ab geht's richtig fein wo es dir ist vom hof ab geht's kindersicherung so sehr sehr geile batterie top Fotos vom Hofer sehr sehr geil top so pyrus welche batterie hat euch am besten gefallen schreibt es gerne in die kommentare ich weiß dass es noch eine andere batterie gibt nämlich die athene aber die habe ich mir leider letztes jahr nicht gekauft und persönlich finde ich die poseidon vom hofer am besten vom preis leistungsverhältnis und ja ich hoffe euch hat das video gefallen haut rein und